In einer atemberaubenden Wendung der Ereignisse geriet Megan Markele während eines Auftritts bei The View in eine hitzige Konfrontation. Co-Moderatorin Sunny Hosten startete einen vernichtenden Angriff, der die Zuschauer schockierte und sprachlos machte. Das Interview, das Licht auf Markeles jüngste Bemühungen und persönliche Überlegungen werfen sollte, entwickelte sich schnell zu einem angespannten Austausch, der tief sitzende Spannungen und ungelöste Konflikte offenlegte. Von dem Moment an, als Markele ihren Platz am legendären Tisch einnahm, herrschte eine angespannte Atmosphäre. Hosten, die für ihre sachliche Herangehensweise und ihre scharfsinnigen Fragen bekannt ist, verschwendete keine Zeit damit, den Elefanten im Raum anzusprechen, Markeles kontroverse Entscheidungen und sein umstrittenes Verhältnis zur britischen Königsfamilie. Während die Kameras liefen und Millionen gespannt zusahen, war die Bühne für einen Kampf der Zitanen bereitet, der weit über die Grenzen des Fernsehstudios hinaus nachhallen würde. Markele, der bei öffentlichen Auftritten normalerweise gelassen und anmutig wirkt, war unter Hostens durchdringendem Blick sichtlich sträubte sich. Die Fragen kamen schnell und heftig, jeder einzelne ging tiefer in den Kern der Sache vor, die Kluft zwischen Markele und den Royals, die Vorwürfe von Fehlverhalten und Manipulation und den Tribut, den dies für ihr geistiges Wohlbefinden bedeutete. Als Hosten auf Antworten drängte, begann Markeles Fassadestählerne Entschlossenheit zu bröcken und enthüllte die rohen Emotionen, die unter der Oberfläche brodelten. Es war ein Moment der Abrechnung für die Herzögen von Sussex, eine Chance, sich ihren Dämonen zu stellen und die Dinge klarzustellen. Doch im Laufe der Minuten wurde immer deutlicher, dass Markele nicht bereit war, sich an Hostens Regeln zu halten. Der Austausch wurde hitziger, und die Anschuldigungen flogen wie verbale Dolche hin und her und schnitten tief in den Kern der Sache ein. Markele, die normalerweise geschickt darin ist, schwierige Situationen mit Anmut und Gelassenheit zu meistern, geriet in die Defensive, und ihr sorgfältig konstruiertes Bild löste sich vor einem Live-Publikum auf. Als das Interview außer Kontrolle geriet, erhitzten sich die Gemüter und die Emotionen kochten hoch. Markele, die für ihre Interessenvertretung und ihr Engagement für soziale Belange bekannt ist, sah sich in einem anderen Licht, dem einer Frau, die an ihre Grenzen stößt und darum kämpft, ihre Stimme und ihre Entscheidungsfreiheit angesichts überwältigendem Druck und Kontrolle zurückzugewinnen. Hosten, die unermüdlich auf der Suche nach der Wahrheit war, weigerte sich, nachzugeben und drängte Markele dazu, sich unbequemen Wahrheiten und Konfrontationen zu stellen, die lange unter den Teppich gekehrt worden waren. Der Zusammenstoß zwischen Markele und Hosten war mehr als nur ein Wortgefecht. Es war ein Kampf der Willensstärke, ein Aufeinandertreffen von Ideologien und Persönlichkeiten, der die Komplexität von Ruhm, Macht und Einfluss in der modernen Welt offenlegte. In einer Gesellschaft, die von Spektakel und Kontroversen lebt, war dies ein Moment, der über bloße Unterhaltung hinausging und tief in das Herz der menschlichen Erfahrung und des Kampfes um Authentizität in einer Welt eintauchte, die oft Konformität und Konformität verlangt. Als sich der Stau blickte und die Kameras nicht mehr liefen, halten die Folgen des brisanten Interviews durch die Medienlandschaft und lösten Debatten und Diskussionen über die Natur von Berühmtheit, Ruhm und Verantwortung aus. Für Markele war es ein Weckruf, eine deutliche Erinnerung an die Herausforderungen, die das Leben unter dem Mikroskop der öffentlichen Kontrolle mit sich bringt. Für Hosten war es ein Triumph, ein Moment der Rechtfertigung und Bestätigung für ihr unerschütterliches Engagement für Wahrheit und Transparenz. In den darauf folgenden Tagen und Wochen dominierten die Folgen des Zusammenstoßes zwischen Markele und Hosten weiterhin die Schlagzeilen und Gespräche, wobei Experten und Kommentatoren jedes Wort und jede Geste auf der Suche nach tieferen Bedeutungen und verborgenen Absichten analysierten. Für Markele war diese Erfahrung eine demütigende Erinnerung an die Gefahren des Ruhms und die Macht der Wahrnehmung und zwang sie, sich mit unbequemen Wahrheiten über sich selbst und ihren Platz in der Welt auseinanderzusetzen. Als sich der Stau blickte und die Wunden zu heilen begannen, blieb eines klar, der Zusammenstoß zwischen Markele und Hosten war nicht nur ein vorübergehendes Spektakel oder eine bloße Fußnote in den Annalen des Brommelklatsches. Es war ein Moment der Wahrheit, eine Kollision von Welten und Weltanschauungen, die die Bruchlinien offenlegte, die sich durch unsere Gesellschaft und unser kollektives Bewusstsein ziehen. Letztendlich war es eine Erinnerung daran, dass hinter dem Glanz und Glamour von Ruhm und Reichtum eine tiefere Wahrheit liegt, die Wahrheit unserer gemeinsamen Menschlichkeit und des Kampfes, unseren Platz in einer Welt zu finden, die uns oft nach ihren eigenen Maßstäben definiert.